Der japanische Kanal von Pokémon hat noch 10.000 weitere Trailer hochgeladen und ich hab die jetzt alle mal in einem Video zusammengefasst. Und ja, manche Szenen sind noch doppelt drin, aber sehr viele neue Szenen sind auch noch dabei, deswegen, let's go! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.